Platz für Feierlichkeiten jeder Art. So, und nun fahren wir über die Perle des Ammerlandes, das Zwischenaner Meer. Die Bezeichnung Ammerland übrigens bedeutet in unserem Sprachgebrauch am Meerland, also Land am Meer. Sollten Sie nicht aus dieser Gegend stammen, wird Sie vielleicht die Bezeichnung Meer überraschen. Doch hier in unserem Gebiet zwischen Weser und Ems nennt man alle Bühnen Gewässer Meer. Wir leisten uns eben keinen See, sondern gerne etwas Meer. Ja, lehnen Sie sich nun zurück, liebe Gäste, und hören Sie auf der Rundfahrt bei Kaffee, Tee, Kuchen, einer Speise oder einem Getränk interessante Informationen zur Geschichte dieses Sees und seinen allen grenzenden Ortschaften. Unser Kapitän wird Sie nach der Erfahrt wieder wohlbehalten in den Hafen bringen. Und eines ist ganz sicher, seekrank oder mehrkrank werden Sie heute nicht. Auf dem Zwischenaner Meer. Damals noch ausgehend von dem in jenen Jahren wichtigen Rundfahrten der Berge nach dem Zwischenaner. Heute ist es genau umgekehrt. Auf den heutigen drei Rundfahrten können Sie nicht nur Rundfahrten unterliegen. Nein, Sie können auch in maritimer Atmosphäre Ihr ganz persönliches Fest feiern oder auch eine Tagung durchführen. Seit dem Winter 2004-2005 dürfen die Schiffe auch im Winter fahren. Weihnachtsfeier, Poolfahrten oder Silvester mit wunderschönen Ölfeuer werden. Ganz individuell. Sprechen Sie mit dem Personal im Buchungsclub. Und noch etwas für Juckverliebte. Auf zwei Restaurationsschiffe kann man sich von April bis Oktober trauen lassen. Möglich ist eine standesamtliche Trauer genauso wie eine Kapitänstrauung zur Auffrischung des einst beschlossenen Bundes. Also eine Traumhochzeit auf dem Zwischenaner Meer. Trauen Sie sich wieder mal. Das ist nur Rundfahrten, aber wenn Sie mit dem Autofahrung kommen, dann kommt er noch etwas zu bei oben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020